Rauchen der Schüler außerhalb der Schule nicht unfallversichert? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 28.06.2022 urteilte der das Bundessozialgericht in Kassel in einer Unfallangelegenheit der gesetzlichen Unfallversicherung. Ein Schüler, der in der Schulpause den an die Schule angrenzenden Stadtpark zum Rauchen aufsucht, steht grundsätzlich nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. So hat es der zweite Senat des BSG am 28.06.2022 entschieden. Der Schüler wollte ein Pausenzigarettchen rauchen und ist am 18. Januar 2018 in der Schulpause mit zwei anderen Schulkollegen sozusagen in den schulnahen Stadtpark gegangen und hat dort eine Zigarette geraucht. Und genau an diesem Tag herrschte Unwetter mit Sturm und Hagel, Schnee und so weiter. Und während des Aufenthalts dort im Stadtpark ist dem Schüler tatsächlich ein Ast auf dem Kopf und dem Körper draufgefallen. Und er hat ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Also wenn man weiß, was das bedeutet, hat der Schüler hier eine sehr, sehr schwere Kopfverletzung erlitten. Und das Bundessozialgericht hat aber gesagt, lieber Schüler, befindest du dich beim Rauchen außerhalb des Schulgeländes, bist du nicht mehr gesetzlich unfallversichert. Und damit stehen dir auch keine Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung zu. Denn der Aufenthalt im Stadtpark stand nicht unter dem gesetzlichen Versicherungsschutz. Der organisatorische Verantwortungs- und Einflussbereich der Schule war und ist auf das Schulgelände beschränkt. Das heißt also Umkehrschluss. Wenn der Schüler auf dem Schulgelände eine Pausenzigarette geraucht hätte in seiner Pause und ihm wäre der Ast oben auf den Kopf gefallen, auf dem Schulgelände, dann wäre das ein Arbeitsunfall, der nach dem gesetzlichen Unfallversicherungsrecht anzuerkennen gewesen wäre. Da hätte es gar keine Rolle gespielt, ob der eine Zigarette geraucht hat oder vielleicht nur einen heißen Kaffee getrunken hätte auf dem Schulgelände. Damit konnte der verunglückte Schüler keine Leistung aus der Unfallversicherung bekommen. Damit war das Klageverfahren am 28.06. mit der höchstrichterlichen Entscheidung des 2. Senats des BSG entschieden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.